So, weiter geht's mit Force of Nature. Wir haben zuletzt den Tailor-Tail gebaut. Und heute werden wir ein bisschen Wolle machen. Wir werden unser Hühnchen füttern. Vielleicht gehen wir uns noch ein zweites Schaf fangen, ich weiß noch nicht. Erstmal können wir gucken, ob wir hier in unseren Sachen noch irgendwas brauchbares haben. Da haben wir Pelz. Das brauchen wir dann mit der Wolle. Wir können erstmal noch kurz Wasser einsammeln. Und dann ernten wir noch einmal. So, wunderbar. Nein, das hier. So, alles wieder neu ausschütten. Wunderschön. Dann können wir eigentlich unsere Sachen erstmal wieder wegpacken. Hier unsere Erze. Da. Also unsere Barren. Hat man Nägel hier mit drin? Ich glaube Nägel und Planken waren hier mit drin. Wir werden diesmal, glaube ich, ein bisschen Holz holen gehen. Wir haben noch genug Weizen. Können wir vielleicht unser Schaf wieder füttern. Wo ist es denn? Da. Hier, nimm das. Du kannst eigentlich mitkommen. Dann können wir die ganze Zeit dich füttern. Weizen haben wir genug. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ah, ich bin so begeistert. Ah, und ich habe was vergessen. Fällt mir gerade ein. Genau, mal ein bisschen das Spiel leiser machen. So. Gut. Dann warten wir jetzt noch hier auf den Wasserpott. Ja, haben wir. Dann gehen wir jetzt ein bisschen Holz holen, glaube ich. Zervenus, bitte. So. Sozusagen. Da haben wir direkt ein Schaf. Oh. Unser Schaf ist wohl nicht mitgekommen. Alles klar. Ich habe ein Schwert. Geh weg. Oh ja, das ist schön. Ich will das Schaf da hinten haben. Allerdings. Müssen wir uns da durchkämpfen. So, fünf. Ich sehe es überhaupt nicht. Nee, wir haben es nicht getroffen. Jetzt läuft es weg. Komm her. So. Einen Fuchs. Was willst du denn? Läuft sie gleich weg. Sage ich doch. Und noch ein Fuchs. Getroffen. Zu langsam. So ist habe ich das Schaf verloren. Schaf. Wir wollten ja eigentlich auch Bäume und nicht Schafe. Aber da haben wir gerade noch eins. Ist das vielleicht sogar unsers? Wir versuchen es. Nee, scheinbar nicht. Können wir hier noch ein bisschen Weed mitnehmen? Jungs, echt jetzt? Nervt doch mal wen anders. Du auch. So, hier heult ein Fuchs rum. Da kommt wieder ein neuer. Oh, dieses doofen Viecher. Echt. Geh weg. Stirb. Boah, was ist denn hier los? Ich meine, es ist ganz cool, weil wir brauchen ja auch eine Menge Pelz. Und dann kriegen wir wenigstens schon mal Pelz zusammen. So, eigentlich wollte ich meinen... Ah, genau. Wenn hier eh gerade Sonnenblumen stehen, dann nehmen wir die doch mit. Dann können wir die verbrauchen, anstatt unserem Kaffee. Oder wir verbrauchen unseren Kaffee gleich mal. Dann haben wir die Sonnenblumenkerne dann immer noch. So. Gleich noch einen hinterher. Und dann können wir nämlich ein bisschen Holz mitnehmen. Oh, oh. Nicht ins leere schlagen. Können Ausdauer sinnvoller verbrauchen. So. Jetzt können wir durchgehend hier. Einmal ringsherum hacken. Trinken wir noch einen Kaffee. Seeds einlamellen. Und dann werden wir die Großen nehmen. Die Fichtengelötbäume. Oh, unser Ember ist fertig. Gut, dann nehmen wir nämlich die hier. Die haben am meisten Holz. Brauchen zwar auch lange, bis wir umfallen, aber... Das ist ja nicht so wild. Brauchen ja schließlich viel Holz. Brauchen neue Planken. Neue Kohle. Boah, einiges. Gut, wir kriegen hier auch nichts anderes außer Holz, aber das ist ja... Nicht so schlimm. Äster haben wir, glaube ich, noch ein paar. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, 38 ist, da haben wir noch. Ja, und wir müssten eigentlich... Ähm... Noch ein bisschen rumkämpfen und Schweine und so töten. Und Füchse. Und Bären, weil wir noch Fels brauchen für unsere Rüstung. So, noch den Kaffee getrunken. Ah, das Schwert ist schon mal cool. Dann los. Fall um. Wunderbar, haben wir auch. Dipp, 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 dipp. Mäh? Ich habe da gerade ein Mäh gehört. Ach nee, das war ein Ziegen-Mäh-Glöt. So, dann gucken wir gleich mal, was wir noch an Sieg haben für Stamina. So, wie wir den hier weg haben. Oh, es wird schon wieder dunkel. Mh, Seeds, Seeds. Ah, direkt mit dem Maus-Over. Schön. Oh, haben wir wohl einige. Können wir vielleicht mal ein bisschen essen. So, runter damit. Man könnte daraus auch Butter machen. Man könnte. Na komm, ist schneller. So, sollte reichen für die beiden Bäume. Nehmen wir den hier noch mit. Und dann gehen wir erstmal zurück. Dann müssen wir unser Schaf füttern. Das müssten wir eigentlich eine ganze Weile machen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht weg, weil es uns bei... Weil es bei uns auf Follower und wir uns weggeportet haben. Hier hinten war das irgendwo. Hallo, hier mit unserer Partei gesehen. Da ist es. So, dann geht es ab zurück. Nach Hause. Schwipp. Und da ist unser Schaf. Wunderbar. Hier ist... Wir brauchen noch ganz viele davon. Dann gehen wir jetzt erstmal schnell Wasser holen. Bevor wir alles andere machen. Weil wir brauchen ja auch noch 50... 50! 50 Wasser für... Ähm... Ja. Genau dafür. Für Kaffee. So, jetzt haben wir noch 5 Äste. Hm... Was wollte ich denn jetzt machen? Die Kohle braucht noch. Planken. Genau. Hm... Planken. Ein Stack voll, bitte. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Holz verbraucht. Oh, wir haben übrigens noch Bronze. Können wir erstmal wegpacken. So Schaf, wie weit bist du? Fertig. Dann kriegst du direkt das Nächste. Und wir gehen einmal ernten. Und ich glaube... Hm... Machen wir noch mehr Kaffee? Ne, wir machen erstmal noch ein bisschen... Quatsch. Repeat. Und dann werden wir demnächst... Vielleicht mal mit... Erdbeeren anfangen. Für dieses andere Essen. Und federn? Ja, hier nimm noch einmal. Und dann sagen wir mal, wo unser Huhn ist. Ha. Du kommst jetzt auch mit. Und du wirst erstmal gefüttert. Hm. Wir brauchen noch viel zu viel Wasser. Aber wir könnten schon mal anfangen... Kaffee zu machen. Wie weit ist unser Schaf? Fertig. Kaffee. Und dann machen wir jetzt erstmal Kaffee mit dem Wasser, was wir haben. 26. Ist okay. Hm. Und dann wollten wir hier gucken. Genau. Da brauchen wir auch Milch und Ei. Also brauchen wir die Kuh. Ja, du frisst auch. Äh. Wie? Nicht genug Ressourcen. Wir haben nicht genug Wasser. Wir haben ja gerade alles verbraucht. Ja. Aha. Intellenz wird, äh... Klein und groß geschrieben. Hier. Gut. Äh. Huhn ist fertig. Gleich nochmal füttern. Schaf ist auch fertig. Direkt nachlegen. Dann können wir schon mal wieder am Wasser holen. Dann ernten wir jetzt nur ab. Und sammeln ein. Und dann gucken wir mal in unser eines Fass. Wir müssten noch irgendwo Seeds haben. Genau. Strawberry Seeds. Da brauchen wir aber erst wieder ein bisschen Wasser. Wir könnten in der Zeit Kupfer machen. Haben wir noch, äh, Kupfermünzen? Ne. Dann machen wir das so. Hm. So. Können ja eh nur einen machen. Alles klar. Mäh. Hm. So, Milch ist fertig. Hier direkt die nächste. Können wir nicht machen, weil wir aber wieder kein Wasser haben. Wolle ist auch fertig und alles. Oh. So. Hm. Wieso haben wir denn Äpfel? Na egal. Äh. Pinecone. Ja, was kann ich damit machen? Kann ich die benutzen? Irgendwie? Use? Nö. Können wir sie zwar wegwerfen, aber... Vielleicht brauchen wir die später irgendwann mal für irgendwas. Tut mir übrigens mal wieder leid für die Nebengeräusche. Aber ihr kennt's ja. Hm. Packen wir die einfach hier. Packen wir die hier mit rein? Ja komm. Wir packen die hier mit rein. Ähm. Zuhren wir mal auf. So. Und unser Ember ist noch nicht fertig. Aber unser Kupfer ist fertig. Dann können wir nämlich gleich Gold machen. Gold, Ingo. Und unser Schaf ist fertig. Und unser Huhn ist fertig. Und Kuh müsste auch gleich fertig sein, weil die ist schon fertig. Gut. Nicht genug Ressourcen. Wie soll es jetzt auch anders sein. Wie soll es auch anders sein. So. Und Kuh. Füttern. So. Und wenn das Schaf das übernächste Mal fertig ist, können wir mal wieder das Zeug da machen. Und wie fällt der Name nicht ein? Gut. Okay. Ich weiß aber noch nicht, was man mit den Schweinen machen kann. Vielleicht gibt's später eine Schlachtbank. So. Die Kohle braucht auch noch, aber unser Gold machen ist vielleicht fertig. Nope. Dann bringen wir den erstmal weg. Und wir wollten schon wieder Sachen wegschmeißen und haben es vergessen. Gold. Und Kupfer. So. Wasser wieder einsammeln. Füttern. Füttern. Und die Kuh suchen. Ja. So. Mehr füttern. So. Mal Pfeile nachlegen. Könnten mal. Was können wir denn jetzt noch machen, solange... ...und scharf. Eigentlich gar nicht so viel. Wir können nochmal Wasser holen und dann müsste das Schaf langsam mal fertig werden. Ne. Nicht. Ein Chicken. Und Schaf. So. Kaffee braucht echt lange. Aber Brot braucht länger. Dann würde ich sagen, jetzt... Dann gehen wir erstmal schlafen bis zum nächsten Morgen, damit es hier wieder ein bisschen heller ist. Okay, es regnet zwar noch, aber was soll's. So, Schaf ist fertig. Wir nehmen die Wolle, füttern nochmal, sammeln nochmal kurz die zwei Wasser ein. Und dann machen wir nochmal ein bisschen Zeug. So, wenn wir das fertig haben, dann können wir nämlich unsere Rüstung machen. Ah, hier. Du wirst auch noch gefüttert. Und du auch. Dann sammeln wir mal wieder Wasser ein. Gut. Können wir noch irgendwas, was wir machen müssen? Eigentlich nicht. Das heißt, jetzt, äh, ein bisschen warten. In der Zeit könnten wir, ja, was können wir eigentlich? Was sagen eigentlich unsere Quests? Achso, ein Goblin-Zähm. Dafür braucht man irgendwas vom Amboss. Ketten, glaube ich. Da müssen wir eine Falle draus machen. 23 und 8, 7, 7, 12, äh, 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 äh? Das ist doch genau dasselbe, nur dass, äh, das große mehr Spaß macht. Und ein Bronze mehr kostet. Na, der brauchen wir bestimmt auch noch. So, Chain. Dafür brauchen wir Eisen oder Kupfer. Dann würde ich sagen, gehen wir uns noch ein bisschen prügeln. vorher noch mal Wolle füttern, dann Wasser holen, so, dann kriegt Chicken auch noch mal. Gucken wie weit, ja gleich fertig, das ist gut, dann können wir uns unsere ersten Rüstungsteile machen. Machen wir natürlich zuerst die Hose, die gibt am meisten, und vor allem brauchen wir endlich mal eine Hose. Ewig rennen wir hier in unseren Shorts rum. Ach, nicht genug Pelz. Lass mich raus, ich muss Pelz holen. Wir haben genug Pelz. Lass mich durch, ich muss meine Hose machen. Ach nein, wir haben keine Nadel. Oh man, Schaf, geh doch mal weg. Gut, dass wir nichts angefangen haben, mit Wambus. Eisen oder Kupfer? Wir holen uns natürlich unseren Kupferbahn. Und dann müssen wir demnächst uns wieder prügeln gehen, damit wir mehr Kupfer kriegen. Wir brauchen halt Eisen für die ganzen Werkzeuge später. Moment, wir machen das mal kurz und dann können wir da ja mal gucken. So, hier. Da brauchen wir auf jeden Fall Eisen. Da brauchen wir nur Eisen. Bronzen müssen wir dann machen. Dann brauchst du Helm. Das wird cool. Oh, Movement Speed Minus 3. Das ist natürlich bitter. Aber wir werden sicher vor Kopfhunden. Oh, und da bleibt jetzt 25 Rüstung für den Kopf und keine Movement Speed Verringerung. Oh yeah, das wird super. Gut, unsere Nadel ist fertig. So, mach mal bitte die Hose. Wir nehmen beides. Okay. Gut, jetzt wird die Hose gemacht. Wir füttern unser Schaf nochmal. Und unser Huhn auch. Und holen Wasser. Dann bauen wir Erdbeeren an. So. Und wir brauchen einiges an Erdbeeren. So. Und ich würde sagen, ähm, den Rest gucken wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zusehen und, äh, tschüss.